So, Frau Lerf von Hardenbeck. Als erstes müssen wir ihm ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Ich lass mich schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Komm, ich nenne dir was ab. Na, deine Klausuren waren bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, wenn du sie noch dran gedacht hast. So ein Handel kannst du noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurts Büro natürlich. Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich füll ihn mal auf den Zahn. Linus. Jetzt mal im Ernst. Weißt du was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Waren wohnt. Ich füll ihn mal vor. Ja. Ich füll das große Gaming. Hey. Ich füll die Sache. Ich füll die Sache. Ich füll mich nicht mit einer Zeit. Ich füll mich nicht mit einer Zeit. Ich füll mich über die Zeit. Unsere Hoffnung. Ich füll dich. Ich füll mich. Ich füll mich über die Augen. Ich füll mich über die Zeit. Ich füll mich über die Zeit. Das war's für heute.